Ich glaube, man kann den Mittelrhein mit einer wunderschönen Frau vergleichen. Wenn Sie die gesehen haben, wollen Sie sie nochmal sehen und vielleicht sogar heiraten. Und wenn Sie eine Mittelrhein-Landschaft gesehen haben, haben Sie sich in die Landschaft automatisch verliebt und wollen sie immer wieder neu erleben. From the Nahrs estuary near Bingen to the Siebengebirge low mountain range towards Bonn, the wine-growing region Mittelrhein stretches alongside the Rhine for 120 km. And these are 120 km full of wonder and a myriad of impressions. The Siebengebirge near Bonn to the north, the city of Korblenz with the famous estuary of the Mosel, the Deutsches Eck, as well as Ehrenbreichstein fortress, more than 50 castles, palaces and ruins. And the legendary Lorelei Rock. Der Mittelrhein ist sicherlich unter unseren deutschen Anbaugebieten eines der interessantesten Wein- und Kulturlandschaften. Er ist geprägt durch den tiefen Rheingraben, der sich über Jahrtausende eingegraben hat in den schiefer Boden. Und an seinen Steilhängen wird dort unter großem körperlichen Aufwand enorm mineralhaltige und stoffige Rieslinge erzeugt. For the love of Riesling, all winegrows in the region make the most of the delicate, sun-kissed grapes. Some have founded an association together, the so-called Mittelrhein-Riesling Charter. With the aim of protecting and promoting the Rheing's cultural Riesling heritage, they have pledged themselves to high standards of quality. The sweeping views over vineyards and castles are not the only thing to enjoy here though. There are also culinary treats offered in a special ambience. Because fine cuisine and great wine make for a winning combination here as well. Was bietet sich bei einer Wanderung besser an als einen rustikalen Imbiss, irgendwo an einem schönen Aussichtspunkt mit einem kräftigen Riesling und dann in Ruhe einmal ein Stück dieser Landschaft zu genießen? Das ist der Erstkontakt für viele Leute, die dann anschließend für etwas länger zum Mittelrhein kommen.